hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge scum wie schön so wir haben vorige also vorige folge ist gut wo wir haben den wein doch noch ich dachte gestern beim raufklettern haben wir ihn verloren jetzt weiß ich nur nicht wirklich ob hier zombies spawnen das ist natürlich traurig weil ich hätte schon gern ein zwei zombies hier schade schade aber wir schauen uns natürlich die kaiser fabrik dennoch an total coole location und wie hier nix hallo auch wie cool lächeln sie bitte lächeln sie jetzt noch ja so ich bin gespannt ob wir hier zombies finden weil ich ja ausgelockt bin gestern genau an der genau an der stelle innerhalb dieser location und da ist halt die frage spawnen jetzt hier zombies oder haben wir jetzt hier eine stelle runde ohne zombies es ist kiese aber da drin nix da drin ein labor ein labor ein labor ah wie cool ah eine neue hose verdammt jetzt haben wir eh so eine gute hose wir stecken das da rein so wir essen mal wir essen mal die daddel daddel dann essen wir die andere daddel so essen dann können wir nämlich den darauf ja danke so die haselnuss ja die muss so dann kommt das da hier dann kommt das da hier so und die hose kommt in die hose so was ist in diesen dingen drin nichts wunderbar so da haben wir alles geglutet ach wie cool ach wie cool so da haben wir noch einen Käse nein mehl nimmt mir keins mit überraschende weise war hier käse so aber ich will in den oberen stock auch noch yeah kein job ah wie cool die Käsefabrik sehr cool so was ist das da Schiefetage ach wie cool super wieder mal danke für den tipp wc ja ist eine gute idee wie sieht es denn hier aus es geht noch alles gut alles geht so das nehmen wir mit so die andere toilette wir müssen ja noch nicht so büro von jemanden oh hier ist Käse 600 ah brauchen wir nicht so im Safe den werden wir mal auseinander nehmen hier die Brille sehr gut ah diese Lamein-Vorhangsteile so ja das ist auch gut so ja das ist auch gut die Muni die wir brauchen cool so Schiefetage Verkaufsbüros was auch immer Marketing Personalabteilung und hier die Küche so wie Spaghetti hier Spaghetti Carbonara mit Käsesauce so Schade Schade machen wir nicht so Stopfwechsel alles gut oh wie cool ist nur so schade dass wir jetzt hier keine Zombies haben aber immerhin schöne Location 1, 2, 3 sehr cool so jetzt schauen wir hätten wir hier runterfahren können nö tatsächlich nicht mini Schankenwärterhäuschen sehr cool ja ich hab's halt probiert gefällt mir total gut super so jetzt schauen wir da noch wegen den Häuschen da war ja auch keiner drin nö was ist das ja Bogen ja hab ich bisher nicht verwendet also schon ganz am Anfang glaube ich nö die ging nicht auf oh ja die hätte ich aber gerne tatsächlich so wir essen den Käse auf geht das ohne dass wir uns den Magen verderben geht das geht das wir schauen mal so ja super so jetzt können wir das nämlich da einstecken und hier noch diese Containerbüro sind wir sehr gut ja super super location vielen vielen dank für den Tipp und die Beschreibung natürlich wie ich herkomme wo ich sie finde die Location auch Photovoltaikmodule wie cool super ja denk positiv ja klar wie cool so wir schauen mal auf die Map das heißt der Steinbruch müsste eigentlich hier sein oder ich denke ja gut wir fahren die Straße weiter nach Süden ist so schade dass wir keine Zombies gesehen haben hier das wäre das wäre echt cool gewesen ja so wir fahren mal Richtung Süden die Käsefabrik super jetzt haben wir die auch gesehen danke dafür sehr gut kommen wir ein paar Häuschen ah da könnten wir unsere Getränke auffüllen das ist ja vielleicht auch nicht so schlecht ändert hier einfach die Straße ach die ist noch so Olive hallo darf ich hier meine Flaschen auffüllen ist keiner da gut äh 84 nö oh mein Gott oi oh ja au au so ja gut müssen wir uns gleich verbinden wieder so da hat uns die Dame aber fein hergerichtet naja so schlimm war es aber auch nicht so da oben nein zuerst mal unten schauen ja dafür fresse ich die Spaghetti weg sie hat nur keine sie hatte keine Spaghetti nein die Gin nehmen wir nicht ich bin mit den Spital Pants sehr zufrieden später mal wird die gute Weithaut nur mehr im Bikini rumlaufen wenn wir dann wieder am Strand sind das wird schön so nö da ist nichts gut dann können wir in den oberen Stock gehen da hinten war ja auch Toilette apropos Toilette naja wir gehen nochmal oben nachschauen da ist keiner gut dann würde ich sagen mal hier bevor jemand auf die Idee kommt 43 kann man ja mal machen so schön ausspülen super gemacht Weithaut da hast du fein gemacht so Spaghetti hier verdammt so und da Zigaretten naja 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 Zigaretten so dann hier noch aber das glaube ich ist nur ein Stall ja ist nur ein Stall dennoch wir können hier reinschauen hallo na gut so einmal schnell noch trinken kurz umgeschaut ob niemand da ist alles okay so super so und da unten ist noch dieses dieses Hütchen da schauen wir uns auch noch an die Straße geht da weiter aber wo geht sie hin ah ich würde aber sagen wir ich würde aber sagen wir fahren in die Richtung nö so da gehen wir noch mal hinein vielleicht finden wir den Kanister endlich einen Kanister das wäre schon cool ja super Trainingsjacke oh 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 mit drei mit drei die nehme ich nicht mal mit die greife nicht mal an so ja wir fahren Richtung Westen wir fahren Richtung Westen bei waren wir in diesen Dörfern Richtung Osten waren wir da tatsächlich und so wir schon mal kurz in einen Sprung hinschauen kann ja nicht so sehr schaden Dörören ein Dörön dörön so little dörön Ah, wie schön. Ah, ich freue mich. Wir sind am Meer. Also, gleich. Ah, wie cool. Ja. 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 Ich brauche einen Gary Bear Kid. Und irgendwann eine Tankstelle. Oh mein Gott. Jetzt qualmt er vorne schon. Ah, super. So. Smayam. Es ist Smayam. Hallo? Oh. Ich hätte sie nicht erschießen müssen. Aber es war schon okay so. 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 Okay, schauen wir mal nach unten. Oh, ein Anlegebier. Oh, da will ich hin. Da will ich hin. Da, 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 da. So, wir nehmen das mal. Leider gerne Spaghetti. Leider gerne Spaghetti. Ich weiß nicht, wo sie sind, aber sie sind überall. Oh mein Gott. Yoga Leggings. Da stelle ich gleich den Wein ab. Yoga Leggings. Mit 84. Oh, und jetzt noch Spaghetti. Oh, wie cool. Da war niemand mehr. Genau. Oh, wie cool. Yoga Leggings. Okay, da ist so ein kleiner Shop. So ein Minishop. Da steht ja einer. Hi. Schade. Au. Durchs Fenster durch. Was für ein Hundling. So, bleibst du bitte liegen? Danke. So krank. Oh ja, Schokoriegel. Super. Weiter unten, Schokoriegel. Oh, wie cool. So, Wunden versorgen. Oh, wie cool. So, schneller. So, alles gut. Okay. Oh, cool. Ah, schön. Schön. Na, hat sich ja richtig ausgezahlt, das Dörfchen hier. Oh, das ist auch ein großes Haus. Oh, wie cool. Oh, was für ein tolles Dorf. Oh, und da hinten ist ein Strand. Ah, vielleicht werden wir wirklich hier auch noch baden gehen. Oh, cool. Oh, ja. Zmajan. Zmajan sehen und sterben. Also, nicht wir, die Zombies. Zmajan. Ah, wie cool. So, wir fahren mit dem Auto die eine Straße darunter. Dort, dort, runter. Das haben wir da, ein Haarband brauchen wir nicht. Cheese Slices, die nehmen wir diesmal mit. Spaghetti, bitte. Keine Spaghetti, näher, kein Spaghetti, verdammt. Ach so. Oh, wie cool. Hinten schön der Garten. So, weil die Harten kommen ja in den Garten. So, hier. Oh, Toilette, ja. Sehr gut. Naja, falsche Balkonrichtung. So, aber es geht ja noch eine schon höher. Okay, Haarband, Dusche. Auch falsch ausgerichtet. Der Balkon wäre doch in Richtung Meer, hübscher. Ach ja, aber gut. Das ist meist so. So, schnell wieder raus. Gehen wir da noch rein. Gehen wir da noch rein. So, okay, hier. Binge brauchen wir nicht. Ach, wie cool. Ach, wie cool. Ja, das muss mit, das muss mit. Und das muss hierher, das muss hierher. Verdammt, wir haben viel zu viele Sachen dabei. Money, 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 money. De, 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 de. Hm, die Cheese Slices können wir mal essen. Das ist für die M1. Wer hat M1? So, dann können wir das da reinlegen. Jetzt nochmal legen sie. So, hier rauf. So, wie ist es hier? Oh ja, das ist schon wieder besser. Ja, das Gebäude, da steht im Weg. Aber sonst? So was mit dem hier? Ist schon besser. Oh, Manni, danke. Oh ja. Ach, wie cool. So, stoppen. Sonst passiert es wieder. So, dann laufen wir mal runter. So. Du, 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 du. So. Oh. Oh, sorry. Ich wollte über dich drüber fangen. Und da hinten der Strand. Oh, schön, 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 schön. Ach, wie cool. Das ist genau dieses andere Dorf da drüben. Ach, wie schön. So, wie sieht es aus? Ja, wir können ein wenig noch trinken. Alles trinken. Stopfwechsel. Ja, sollt sich ausgehen. Sollt sich ausgehen. So, ja, super. Ah, sehr cool. So, für Manni. Dankeschön, Manni. Will ich das jetzt essen? Nö. So, ich versuche mal, Sachen ins Auto abzulegen, weil wir müssen die Lächeln anziehen. Das ist wichtig. So, also. Ist enorm wichtig. Ja, da würde ich sogar bereit sein. So, die Lächeln ist so eine. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das sind lauter wichtige Sachen. Ja, ja. So, wir haben da unten noch wichtige Sachen. So, die Arzthose 84. Die legen wir da her. Das Käsestück. Das Käsestück. Verdammtes Käsestück. So, das heißt, die Hose kommt mal hierher. Sexy Pants haben wir noch Muni drinnen. Und Käsestück. Käsestück. So, dann kann man das Käsestück hierher zu dem Käsestück. Das Käsestück zu dem Käsestück. Und das Käsestück zu dem Käsestück. Jetzt können wir das da her. Das da her. So, Muni. 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 So, was haben wir da mit? Die M9. M9. Was? Nochmal. Munitionladen. Super. So, das tut mir ja eigentlich im Herzen weh. Aber. Wir haben es bisher nicht gefunden. Vielleicht finden wir es irgendwann. So. Und dann brauchen wir noch eines. So. Weil da haben wir noch ein blaues. Ist ganz gut beieinander noch. Ja, super. So, dann haben wir das hier. So, wir können die anziehen. Ach, wie cool. Wir haben endlich wieder Leggings. Ja, die Kleidung hier. Wir haben endlich wieder Leggings. Ach, wie cool. Wie cool. Wir haben Leggings. Ach, wie cool. Ja, wir können auch mit den Sexy Pants herumrennen. Aber wir haben wieder Leggings. Oh, cool. Strand. Ach, wie cool. Oh, so. Gewehr auf den Boden. Das auf den Boden. Wir legen das ab. Wir legen das ab. Hier, das kommt weg. Wobei, eigentlich können wir das alles behalten. Wir brauchen das ja nicht ablegen. Mein Gott. Warum tust du das? Zieh doch einfach nur den Rucksack aus. Ja, richtig. So, die Stiefel lege ich mir auch weg. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Die Leggings. Wir haben endlich wieder Leggings. So, was können wir da machen? Actions. Hinlegen. Ja, super. Oh, und die sehen auch noch gut aus. Die sind gar kein so ein Flickzeug. Ach, wie cool. Endlich wieder Leggings. Sehr cool. So, das bedeutet aber auch, wir werden das Käppchen ablegen. So, und jetzt schauen wir nochmal. Ohne oder mit Käppchen? Ich denke mal, ohne Käppchen ist besser. Die Socken, die passen jetzt gar nicht her. Ja, und die legen wir mal da her. Ja. Viel angenehmer. Ach, schön. Ach, schön. So, Mädel. Wie wäre es? Eine Runde schwimmen. Eine Runde schwimmen. Wenn wir schon da sind. So. Mit dem? So. Ah. Ah, schön. Schön. Ah, so. Ah, super. Ah, schön. So, meine Lieben. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir haben jetzt zumindest den Kleidungsquest in Selbstgesetzen erfüllt. Naja, geschafft. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Vielen Dank.